Bei der Bekämpfung der Klimakrise bewegen wir uns zu langsam. Man muss sich selber einbringen und kann nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen. Die Grünen sind die einzigen, die die Energiewende wirklich voranbringen. Und nur als Mitglied bin ich Teil der Bewegung und kann das große grüne Netzwerk nutzen. Untertitelung des ZDF, 2020